Ich war drauf! Ich war drauf vorhin und... Wunderbar! Und hier brauchst du einfach nur mit dem Kühler wieder hin. So geht's schon mal abgehen. Leiche, leiche. Na ja, aber leiche, leiche. Ja, aber mit der Hochmusterfahrung. Mit der Hochmusterfahrung. Nach dem ersten Achtmeter. Beide verwandelt. Zum Wunnen vom Verein 0 als auch. Das ist jetzt Zeit. Unabhängig, wenn wir nachziehen müssen. Mai. Vom Beide zurück. B Der Reis wird Claus! Und auch der Maße kann das bis Brieger sein. Wir werden auch das mit Trümmel. Sehr gerne. Der ist noch ein Schirruthier. Stimmt, der wird Curse! Der ist noch ein Schirruthier. Für die Tür. Das ist natürlich ein harter Punkt für Jonas mit der Macht. Die gesagte Verantwortung ist so jetzt quasi sein. Das ist natürlich ein harter Punkt für Jonas.